Gefällt mir, jetzt habe ich auch noch einen Mitstreiter, der Feinde besiegt. Das ist sehr cool. Haut der ab, wenn ich durch Türen gehe? Na? Freitrun. Nein, er ist noch da. Dann greif mal die Feinde an, bitte. Greif mal an. Komm. Greif sie an. Greif doch mal an. Das kann ich nicht. Wieso nicht? Mein Gott. Er greift doch gar nicht an. Lügenvoll. Verdammte Scheiße. Nichts macht der. Nichts. Das ist unnötig. So. Was ist denn hier alles? Waffenständer mit Waffen drin, nehmen wir natürlich mit. So. Wo ist noch einer? Da ist noch einer. Weg, weg, weg. So laufen die mir hinterher, sind die fertig im Kopf? Die sind noch genau, dass sie keine Chance geben, nicht haben. Reifte die haben, wenn ich die anvisieren und so mache? Nöö. Keine Lust. Dann spielen wir einmal Baseball mit dem Gegner und dann ist gut. So. Jetzt haben wir ja noch tausend Waffenständer rumstehen, wo immer eine Waffe rauskommt. Das ist eigentlich ganz cool. Sollte ich eigentlich mal gezielt danach suchen. Oder drauf achten zumindest. So. So. Nö. Auf jeden Fall gibt es hier irgendwo noch Truhen. Boom. Das war natürlich schlau von mir. Tor. Hier irgendwo. Hier irgendwo. Da ist Verderben. Das machen wir mal eben kaputt. Ähm. Hier hat gereicht. Hier bergauf. Da ist schon wieder dieses Zeichen. Heißt das, hier gibt es irgendwo was zu holen? Oder heißt es, hier gibt es wieder irgendeine Karte für... Für diesen Seelen-Dingsee? Kann der mir auch... Moment, ich muss mal eben... Äh... Wo ist denn der... Kann ich den nicht auswählen? Da war Interdiktion, genau. Ähm. Ich möchte... Ja. Das wird jetzt doof. Kann ich nämlich gar nicht da drauf legen. Ach, Mann. Ähm. Ach doch, Moment. Kann ich doch bestimmt... Interdiktion. Kurz wie viel zuweisen. Machen wir da mal kurz auf Dreieck. So. Bist du denn? Wieso ist das nicht möglich? Ach so, weil du in der anderen Etage bist, oder was? Na komm. Jetzt aber. Geh da drauf. Danke. Machst du mit alle Schalter? Jawohl. Also alle Gitter weg. Hi. Ich seh gerade, ich kann Zombies sofort mit einem Hit machen. Du darfst rauskommen. Hi. Du darfst wieder leben. Und darfst mir die Mumien hier vom Hals schaffen. Irgendwie will er nicht. Ich mach die jetzt gerade alle One-Hit. Geht schneller, glaube ich. Macht doch gerade mehr Spaß, kann ich sagen. Das war lustig. Doch, fand ich ganz cool. Ich würde aber gerne noch... Stell ich mal wieder da drauf. Auch gerne diese Truhe öffnen. Oh, was ist das denn? Mörder Schulterstück. Dankeschön. Ist aber zwar kein Umhang mehr. Oh nein. Fuck you. Oh nein. Er wird nicht angelt. Ja, er will nicht. Kein Bock oder so. Er hat keinen Bock zu kämpfen. Das ist toll. Ich habe einen super Typen hier mitgeangelt. Toll. Mein Gott. Ist du mir auf den Sack? Helf mir doch. Oh, Kreis. Konnte Kreis drücken. Hat er, hat er. Hat er gemacht. Hat er gemacht. Finde ich gut. So, ich brauche Energie, deswegen mache ich jetzt gerade mal die Explosion. Dann zieht er nämlich ein bisschen Energie aus dem Weg an. Sieht man an den grünen Seelen, die da rausflattern. Haben wir jetzt beide erwischt? Nein. So. Wuppa. Bam. 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 Geh weg. Die machen Schaden, die Geister, ne? Das ist unglaublich. Nichts da. Oh Gott. Wir werden nicht wissen, was bei der dritten Truhe passiert jetzt. Freund, wenn du jetzt beim nächsten Mal nicht hilfst, ne? Haben wir ein Problem. Muss ich nämlich meine Reaper-Gestalt nehmen. Und das will ich eigentlich nicht. Brauche ich nämlich keine Lust drauf. Lohnt es sich? Ja. Gut. Und neue Gegner. Ja, nee. Ist klar. Dann machen wir Reaper-Gestalt. Und für den noch ordentlich Schaden reinkloppen, damit ich noch viel von meinem Leben habe. So. Und geh weg. Oh Gott. Auch einer schon mit, Dings zu machen. Das ist schön. Wow. Was ein epischer Finishing-Move. Was war das denn? Der war ja krass. Übermehr Energie. Übermehr den hier. Der macht auch nicht Schaden und du bist tot. Wunderbar. Einzig richtige Entscheidung mit dem Reaper. So. Kommen wir jetzt wieder hoch. Ah. Bis der Typ nicht hier hilft, kotzt ein bisschen an. Es hieß doch, die greifen automatisch an. Idioten. Mann. Hä? So, ich dachte, da leuchtet gerade was Grün, dass ich den darauf jagen kann, aber... Und draufhetzen. Also mehr gibt es hier nicht. Das ist ärgerlich. Das ist echt doof. Ich habe mir mehr erhofft. Nein. Stell ich halt hier drauf. Wo ist er denn? Moment. Muss doch so gehen. Ja, gut. Einfach durchrollen. Geht schon. So. Na. Danke. Wo muss ich denn jetzt hin? Moment mal. Äh. Möchte ich auf Stufe 3? Kann ich, glaube ich, jetzt gerade gar nicht. Kacke. War das schlau? Was war hier? Ach nein, da muss ich nicht rein. Nein, ich muss da rein, wo ich gerade drin war. Ja, ich weiß doch, wer da... Ja, ist umsonst geladen. Doofes Spiel. So. Muss hier rein. Da hochklettern. Jetzt weiß ich es wieder. So. Na, na, na. Unheppbar. Unhepp. Hm, hm, hm. Äh. Wohin? Da hin. Glaube ich. Nein. Äh. Hä? Moment. Ach da. Da ist der Balken, den ich gesucht habe. Den habe ich gesucht. Super. Lipp. Die. Und, äh, hoch. Und rechts. Nein, und rechts habe ich gesagt. Und links gleich nochmal und dann sind wir da. Miau. Super. Und jetzt müssten wir auf Stufe 3 sein. Wo ich eigentlich hin wollte. Ja. Ja. Äh. 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 Ähm. Da möchte ich hoch. Genau. So. Darüber. Darüber. Darunter. Darüber. Äh. Und darüber. Ähm. Ja, ich kann ja auf dem Fahrstuhl. Ja, ich kann ja jetzt auf dem Fahrstuhl. So. So. Und dann stellen wir jetzt auf Stufe 3. Da müsste ich da rein, glaube ich. Glaube ich zumindest, dass das hier war. Ich meine schon. Oder. Ich weiß. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. War das hier? Ich glaube nicht. Ein Zombie läuft hier nur rum. So. Jetzt nicht mehr. Äh. Ach, jetzt bin ich hier. Okay. Ich gucke mal auf die Karte. Hatte ich eigentlich ein Level-Up zwischendrin? Nein? Okay. Äh. Ebene 3. Ebene 2. Da war ich. Da war ich. Da muss ich hin. Ebene 4. Ja. Ebene 4. Dann zurück. Verdammt. Scheiße. Oh, Kisten. Kisten. Schade eigentlich. Dann hätte ich nämlich alle Kisten gleichzeitig weggehabt. Da sind noch Heiltränke drin. Das ist schön. Ich brauche nämlich Heiltränke. Danke. Ich habe nämlich keine mehr. Ich habe alle aufgebraucht. Ich weiß gar nicht warum. Ich habe noch zwei Heiltränke. Super. Die, die ich gerade gefunden habe. Komm, geh schneller. Es wird Zeit, dass du etwas findest. Wo geht Asche hin? Asche verarscht mich nicht. Ich traue dir. Ich kann dir nie trauen. Ich glaube, du kommst mit verschiedenen Ebenen nicht klar oder so. Ebene 4. Kann ich da oben was machen? Ist jetzt die Frage. Ja, ich kann da rein. War das vorher auch möglich? Äh... War das möglich? Nein. Sonst hätte ich das, glaube ich, vorher mal getan. Wahrscheinlich ist dieser Raum auch noch völlig unnötig. So. So. Ich muss hier raus, theoretisch oder nicht? Klar. Der Pfarriseer. Ich nehme das hier jetzt noch mit. Und dann ist gut. Mehr gibt es hier nicht zu holen. Also vielleicht noch eine Münze, die hier zufällig rumliegt. Liegt da nur eine Münze rum. Gehen wir weiter nach hinten. Dahinter oder so. Jawohl. Eine Seite. Gut. Acht von zehn. Zwei Seiten noch. Dann haben wir zehn Seiten. Würde mir gefallen, wenn wir das schaffen. Gut. Dann müssen wir jetzt hier raus, oder? Kann ich eine Schnellreise machen? Ich glaube nicht. Geht eine Schnellreise. Ich möchte. Tada. So. Ich möchte. So. Äh. Da. Da möchte ich hin. Schnelle Reise. Es geht. Cool. Ja. Den gebe ich jetzt noch ab, würde ich sagen. Oder kann ich den nicht weg? Ach nein. Ich soll jetzt den nächsten finden, ne? Ach ja. Wahrscheinlich brauche ich den einen Typen, den ich jetzt habe. Und dann muss ich damit den anderen finden. Und das wird dann immer weiter aufgebauscht, bis ich alle drei habe. Ja. Gut. Aber ich würde sagen, ich höre hier auf erstmal mit meiner Aufnahmesession, mit meiner ewig langen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.